Was geht, was geht Leute? Hier ist R. Nur ein ganz kurzes Video. Ich wollte mich erstmal ganz kurz bei München bedanken, denn München hat einfach nur gerockt. Auch das Treffen am Marienplatz war das, ja Marienplatz. Es war eskaliert, aber hat extrem viel Spaß gemacht. Die Show war richtig geil. Also Bayern, ihr seid wirklich cool. Danach waren wir nächstes Jahr auch in Ingolstadt. Das hat auch richtig reingerockt. Und Leute, großes Dankeschön, dass ihr uns das wiedergebt. Da haben wir auch richtig Bock aufzutreten. Nächste Woche sind wir in Köln, Uwe, oder? Ja, man, Köln, Digger. Köln, Köln, Digger. Das ist ganz Deutschland, Digger. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche in Köln. Wenn ihr Bock habt, wobei die Deutschland-Tour hat gerade erst angefangen. Es geht richtig ab. Und je mehr Leute kommen, je mehr Leute mitmachen, dann hat es auch richtig Spaß. Aber bevor ihr mit dem Video aufhört, möchte ich noch ganz kurz was haben. Ich hätte gerne ein A, einen neuen Haarschnitt, B, ein neues Auto, oder C, einen Krabbenburger. Ein Burger, bitte. B, 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 B.